Oh, das ist das nächste wahrscheinlich abgefuckte Level. Wow, was darf ich hier auch wieder aufpassen? Ja klar, das war klar. Das musste genau so kommen. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier! Wir sind hier. Die! Die! You will die! Wie interessant! Was?! Leute! Aber wo kommt der Rücken denn denn? Ja klar! Das ist klar! Ja klar! Wir werden erstmal den hier erledigen! Das ist klar! Ich denke, wir werden mal eine vergesse! Ich will nicht mehr! Ich hatte doch noch 128 Punkte! Ich verstehe, ich verstehe die ganze Kaffe wieder nicht! Ich ziehe ihm keine Punkte ab! Das macht doch überhaupt keinen Sinn! Was soll das? Komm und weg dich! Wieder auch nicht! Danke! Ich hole mich! Ich hole mich! Ich hole mich! Ich hole dich! Das muss ich nur gefehlen! Ich hole dich nicht! Ich hole dich! Ich hole dich! Gut du bist! Ich hole mich nicht! Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So kann das sein? Sieht das nur oder funktioniert das nicht? Sind da noch so eine Stahlbalken vor oder was? Geh da mal hoch Ja, da sind noch so eine Stahlbalken vor, deswegen treffe ich die nicht Ach, gut, kommt da Fuck Fuck Okay, schon neu Agile der Kleine Für sein hohes Alter So, okay, die beiden hätten wir damit Hoffentlich komme ich noch viel mehr Hier kommen dann nur so ein paar Vielleicht null Gut, hier ist auch nicht mehr, okay Genau, paar Raketen kann ich noch mitnehmen Beziehungsweise eine Ja Also hier nicht so Äh, vielleicht sind auch wieder so ne Türen Ne, hier nicht Achso, das ist Exit Hä? Achso, Sequence Exit wahrscheinlich hier, oder? Ne Ne Hm, ah ja, keine Ahnung Gehen wir auf jeden Fall erstmal wieder zurück Gehen wir auf jeden Fall erstmal wieder zurück Gut, jetzt ging's bei beiden weiter, oder? Ach komm Junge, hier Was ist denn wieder was der Gang davon? So, was war hier? Hier war dieser Raum Okay 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 Die, die Die sind gerade erst auf den Cyberdemon, ey Die 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 nein das da so was muss ich da rüber also ich kann auch gleich überspringen hier brauche ich was Geld, das war also die gefeilte Seite ich muss da rüber die rüber? ja doch die kommt rüber die nehmen wir lieber die, ne die auf mir so ist man rausgemacht die kämpfen natürlich alle, kann das sein? na komm, machen wir mal feiern hier so, ein Wurmkarton doch nicht war das klar? klar war's klar heute hier auch schon wieder sowas? oh man ey aber wir brauchen jetzt mal einen blauen Schlüssel, wir gucken gar nicht weiter mal gucken was sonst noch so entkürt dann, achso, hier geht's nicht weiter hä? was muss ich denn jetzt machen? bin ich jetzt mal falsch oder was? wow jetzt komm her oder genau, dann könnt ich nix weiter machen wer fragt jetzt, was muss ich denn jetzt machen? also wir haben keine karte, hier ging es immer noch weiter ne? ne, hier genau hier war gar nicht mehr Was muss ich denn jetzt hier? Muss ich denn den Schalter drücken? Haben wir da ranzukommen oder was? Oder wie jetzt? Das ist das hier? Achso, ist der rum. Ich verstehe das nicht. Der Schalter hat den Schalter drückt da. Genau, die Frage wurde, was hat der Schalter gemacht? Ich habe kein Mensch über das gesehen und bin nicht erfreut. Sag mal, wo ist denn das hier? Wo ist denn das hier? Wo ist denn das hin? Das macht so wenig Sinn. Von hier komme ich. Hier war ich gerade. Aber das gibt es ja nicht. So. Obwohl, ganz ehrlich, vorher. Ja. Was zum Henkel was ich tun. Das geht jetzt doch gar nicht hin. Ich muss hier etwas machen. Die Frage ist doch was. Das ist die Gegend hier mit der Öffnung. Ja, muss ich. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben. Ich muss da jetzt. Ach komm, jetzt. Fuck off. Der macht jetzt halt mit der Sprut. Mit der Sprutflinte. Der macht jetzt halt mit der Sprutflinte. So. Da fehlt jetzt den Druck, dass die jetzt verschwinden. So. Das Ding hat jetzt wahrscheinlich dieses gelbe Ding da gesenkt. Wie die gelbe Karte ist. Also jetzt komme ich hier wahrscheinlich. Auch nicht. Alter. Da hab ich nicht. Okay. Was hat das Ding denn gemacht? Hier nichts. Hier auch nichts. Da gibt's nichts. Also jetzt wieder bei der anderen Tür gucken. Wo sind die? Not so. Oh, leckere ich das. Ähh, was nehmen wir? Ach, die leckere ich jetzt. Bis? Oh! So, danke, danke. Hä, ich hab sechs, fragt ihr doch klar, dass ihr Papier habt. Okay, alles gut. Also, das ist ein Schalter, das ist auch ein Schalter. Ich muss also die Rüstung aufnehmen. Das ist schon wieder so, um die Dichte alles. Kommt hier normalerweise, ach so, doch, genau. Danke, der Papier. So, was haben die jetzt wieder gemacht? Immer noch nicht. Das ist so schön gewesen. Ich kriege gleich eine Krise. Ich kriege gleich eine Krise. Ich kriege die Hover. Oh. 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 beziehungsweise haben die dritte Tische benutzen so, jetzt habe ich den blauen Schlüssel rumgeschüttet mit dem kann ich da hinten achso, da hinten ok ok wow ja ja komm ja 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 Leck mich! Das ist doch verrückt. Durch und durch verrückt. So, wovon habe ich am meisten? Okay, da kommt eine ganze Menge Shotgun-Position. Da würde ich also erstmal die hier ein bisschen frittieren. Oh, da kommt nichts weiter hier. Da kommt. Wow, das war nicht. Was? Lass jetzt mal alles fliegen. Das hier auch. Ich renne da ja durch die anderen Dinger durch. Die wird dadurch oft kommt, dass sie aufnehmen. Von daher nimmt es über die hier auf. Ach, die Karte. Jetzt ruht sie noch mal hier. Das gefällt euch wieder gar nicht. Oh! Wow, okay, das war ganz schön verschwenderisch. Achso, ich habe nur noch 300, dann war das mal richtig verschwenderisch. Also lieber bei der hier bleibt, beziehungsweise bei, also ist es auch schon verschwenderisch. Oh, schon besser. Ja, super. Danke dafür, jetzt bin ich wieder hier. Ach ja, ich muss ja die von roten Sculpt dann auch sammeln, dann kommt das Ding erst mit der Nivelle unten ist. Das ist natürlich nicht. Habe ich auch was vergessen aufzumachen? Also für einen Schalke? Ne, ne? Oh Gott, Alter. Heute kippt mal, diese Woche werde ich auch wieder pro Tag eine Folge hochladen, bis hier an uns. Echt viel. Was, 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 was muss ich jetzt machen? Die Schalter habe ich bereits umgelegt. Also jetzt nicht, tut man weise, sondern umschaltenderweise, ihr wisst schon. Ich habe den gelben Schüssel und den blauen Schüssel. Bei dem gelben war ich drin, oder bei dem blauen war ich drin? Ne, doch genau, bei dem blauen war ich auch drin. Was muss ich jetzt nicht machen? Wow, außer natürlich alles verschwenden. Ich verstehe das nicht. Also, hier haben wir alles gemacht. Genau, hier war das Ding. Und da haben wir die gelbe Karte runtergelegt. Auf der anderen Seite war, wie ist das? Das ist das Reporter-Spiel. Hier haben wir auch schon alles gemacht. Deswegen, was jetzt noch oft ist, ist das Ding hier. Aber wie ist das hier runter? Also, die Anklopfen geht schon mal nicht. Ach, was soll denn das? Oh! Oh Mensch, aber gibt es denn so ein Ding mit, je nachdem, von welcher Richtung du kommst? Oh, ich weiß nicht. 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 Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder. Ich weiß nicht, dass ich das Ganze befreundet habe. Ach, hier ist das eine schwarze Linie. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte etwas damit zu tun. Ah, ich habe es geschafft. Wie auch immer ich es geschafft habe. Ah, nein, geht doch. Okay, wie habe ich das jetzt gemacht? Ich muss da und dann wieder da zurück. Hier, ich bin wieder da. Gut, die Frage ist, was muss ich jetzt hier machen? Äh, hier geht es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Ach, das ist ein Schalter. Okay, gefunden. Ah, je. Nach jahrelanger Glänzarbeit, endlich, vernehme ich die Stimme des Herrn. Oh, das will ich nicht. Oh. Wo war die ganze Budikacke? Ach so, erstmal gucken, ob es wirklich im Ziel geht. Vielleicht das nicht wieder eine Verarsche ist. Wie redest du ihn denn? Danke, stopp. Boah, Alter, ich bin nicht tot. Alter, will ich schon falsch an, oder liegt der Renn der Rennung richtig, oder was? Alter, Leute, kommt doch mal klar auf euer Leben. Das stimmt nicht mit euch. wir leben zusammen der rüstung die frage ist wirklich scherz hier oben braucht eine blaue Perle ein bisschen scharfe Munition muss hier noch sein, sag ich doch ok, jetzt haben wir zu Rüstungstechnik wieder alles das ist die Hose ich weiß nicht, was ich gerade gesucht habe ich suche gerne blaue Perle hä? wäre ich jetzt bekloppt? wäre das noch irgendwo eine blaue Perle oder nicht? oder würde ich mir das jetzt gerade schon wieder ein wegen dem vorherigen Level ich werde ja jetzt noch bekloppt 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 auch ein bisschen verrückt ja, ne, blaue Perle ist ja dann zu da habe ich mir die echt eingebillet ja gut, ok gut, dann haben wir zu dürfen voll Rüstung wir waren etwas äh, ja ansonsten haben wir soweit alles andere auch so hier gibt es auch nichts mehr, ne? na gut na gut gib mir mal halb falschere falschere Richtung falschere Richtung ok das war ja wieder eine sehr unterhaltsame ich sag jetzt mal äh ja Erfahrung das letzte Level ging tatsächlich schon wieder fast auch wenn es sehr verwirrend war aber das erste Level äh äh Level 23 das war echt einfach nur abfuck das war einfach nur beinhard zum Glück hast du das nächste Level wieder ein bisschen aufgewertet das war wieder so zwar schwer aber nicht behindert weil ich hab da nicht so schwere Levels, ja aber einfach nur so behinderte Levels die einfach nur den hat es jetzt heute, ne? äh da ist dann schon ein bisschen ah ja ein Video macht's gleich Schau mal in V oh ein Video ist bereits fest mit dem Hoplan sehr schön ah gut Schau mal in V